Kontosperrung, Konto gesperrt wegen Verdacht auf Geldwäsche. Was tun? Sie haben wichtige Transaktionen, die dringend sind. Und der Schweizer Banker weigert sich, ihre Transaktion auszuführen. Ständig kommt er wieder mit neuen Fragen und fordert immer mehr Dokumente. Sie verlieren nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch ihren guten Ruf bei ihren Geschäftspartnern. Nur erklärt er ihnen, dass ihr Schweizer Bankkonto gesperrt wurde, aufgrund von verdächtigen Aktivitäten mit dem Zug auf Geldwäsche. Eine Katastrophe. Ich zeige Ihnen, was Sie in solch einer Situation tun können, um weiteren Schaden zu vermeiden, trotz aller Hürden. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo von SwissBankingLawyers.com. Ein russischer Mandant mit internationalem Business hat Schweizer Konten sowie Offshore-Filmen von der Schweiz aus verwaltet. Einige wichtige Dokumente sind in russischer Sprache verfasst. Und in der Bank verfügt niemand über russische Kenntnisse, abgesehen von gut aussehenden russischen Assistentinnen. Ausserdem versteht der Compliance-Beauftragte der Bank den wirtschaftlichen Hintergrund der Transaktion nicht, weil er mit dem konkreten Geschäft, mit dem konkreten Business nicht vertraut ist. Aufgrund der Schweizer Antigeldwäschegesetze muss der wirtschaftliche Hintergrund der Transaktion allein mit Hilfe von Dokumenten für einen unbeteiligten Dritten nachvollziehbar sein. Ein neutraler Dritter, z.B. der Wirtschaftsprüfer, muss in der Lage sein, die Transaktion und ihre Zusammenhänge allein auf Grundlage von Dokumenten, also ohne weitere Erklärungen, zu verstehen. So lautet das Gesetz, so will es der Gesetzgeber. Hier nun ein sehr wichtiger Tipp. Die Dokumente müssen gesammelt, zusammengestellt und der Bank zur Verfügung gestellt werden. BEVOR die Transaktion stattfindet. BEVOR, ja nicht danach. Vorher. Bei einem gesperrten Konto rufe ich sofort die Bank an, ich kläre direkt mit dem Compliance Officer ab, was geschehen ist und schätze die Situation ein. Andere Anwälte hingegen verlieren oft kostbare Zeit, weil jetzt in dieser Phase ist die Zeit sehr kostbar, und schreiben kilometerlange Briefe. In so einer Situation ist der Zeitfaktor entscheidend, und zwar so entscheidend, dass dies den Unterschied ausmachen kann, ob das Konto in drei Tagen wieder operativ ist oder ob es für die nächsten zwei Jahre gesperrt bleibt. Meine Kanzlei befindet sich im Herzen von Zürich, umgeben von den mächtigsten Banken der Welt. Ich nehme den Telefonhörer sofort in die Hand, rufe direkt die Bank an, um sofort einen Termin mit einem Seniorbanker zu arrangieren. Gemeinsam mit dem Mandanten erstellen wir ein Diagramm über den Geldfluss. Wir erklären das Geschäftsszenario mit einem kleinen Memorandum und schaffen sofort Klarheit in der Bank. Die wichtigsten Verträge werden ins Englische übersetzt. Wir reichen die aufbereiteten und nachweisbaren Informationen über die Transaktion ein. Wir liefern die Zusammenfassung der Zahlungsströme ab. Bei klar aufgeschlüsselten Verhältnissen wird das Konto sofort wieder freigeschaltet und die Transaktionen immer ausgeführt. Wir sind schnell und finden für Sie den direkten Kontakt zur Chefetage. Wenn Sie beispielsweise im Handelsgeschäft tätig sind, ist es empfehlenswert, mit einer Bank zusammenarbeiten, die zum Beispiel auf Handelsfinanzierungen spezialisiert ist. Sie sollten grundsätzlich nur mit einer Bank zusammenarbeiten, die mit Ihrer Branche vertraut ist, die Ihre Branche kennt. Bank ist nicht gleich Bank. Was viele nicht wissen, Banken haben unterschiedliche Geschäftsschwerpunkte. Je nach Bedürfnissen des Mandanten kann die Wahl der richtigen Bank über den Erfolg und Misserfolg entscheidend sein. Sind Sie sicher, dass Sie mit der perfekten Bank für Ihr Business zusammenarbeiten? Oder suchen Sie nach der perfekten maßgeschneidenden Lösung? Dann greifen Sie jetzt zum Hörer und wählen Sie Plus 41442124404. Für die richtige Bank ist es nie zu früh, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017